Eine Pfarrei, drei Kirchen, neun politische Gemeinden. Die Kirche St. Judas Thaddeus in Eglisau platzt heute aus allen Nähen. Beim Erstadventsgottesdienst wirken zahlreiche Gruppen mit. Beim Gloria etwa der Jugendchor. Heute lassen sich 22 Buben und Mädchen in die Ministrantenschar aufnehmen. Ein großer Moment. Der Kinderchor singt auf Kiswahili, Jesus du bist gut, Christus steht im Zentrum. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes. Die Pfarrei Glattfelden Eglisau raft, lebt vom Einsatz Ehrenamtlicher. An diesem Webstuhl steht jeder Faden für eine ehrenamtliche Person. Nach dem Gottesdienst tritt das Jugendteam in Aktion und präsentiert eine Weltneuheit, interaktiv und ganz katholisch. Das Heiligenrat. Hier gibt es jede Menge Preise zu gewinnen. Nicht immer funktioniert alles sofort. Doch hier schicken die Pfarrei-Mitglieder ihre Wünsche für die Ministranten in die Ferne. Natürlich weiß man auch, was schmeckt. Das Pilzrisotto ist wirklich fein und dazu darf auch ein guter Tropfen nicht fehlen. In allen neuen Gemeinden wächst Wein. Und darum gibt es heute auch eine Weindegustation. Freilich eine der besonderen. Vielleicht das beste Aroma, weil dort der Pfarrer kommt. Das ist ein Biosynkotter, vielleicht das beste Aroma, weil dort von Ihnen ist. Was die Pfarreiratspräsidentin Susanna Chicharo, der Pfarrer und der Moderator Jean-Marc Baer hier tun, ist oenologisch durchaus heikel, doch pastoral symbolhaltig. Der Pfarreiratspräsident ist am Chicharo. Es könnte sein, dass das abschließende Urteil schon vor Beginn dieses Experimentes festgestanden haben könnte. Aber im Ernst, das Miteinander der neuen Gemeinden schmeckt wirklich großartig.